Hallo und Damen und Herren, herzlich willkommen zurück bei Cognition an Avatar Weed Zavilla. Wir sind jetzt wieder in Kelsey's Apartment, wo wir jetzt das Geheimnis um diese Schatulle lösen werden. Und ich hoffe, es gelingt uns. Wir schauen sie uns mal an. Das sollten wir jetzt herausfinden. So, ich glaube, ich muss diese Schlüsselanleger nehmen. Okay. Wir müssen jetzt... Zack, zack. Und wo ist der nächste? Dort. Ah. I can't stand it anymore. Everything's just total shit. I can't go to school. My job sucks. Everyone is against me. Kelsey, don't say that. I'm here. I still love you. I'd do anything for you. You know that, right? That doesn't get my scholarship back from Little Miss Perfect. Or fix my grades, Joey. Or get my job back from that piece of shit, Dean. Kelsey, please, don't. I've made up my mind, Joey. And he is not getting away with what he's done. There's another memory here. Hier ist noch eine versteckte Erinnerung. Zack. Moment. Und... Aha, jetzt wird's heller. Nee, jetzt ist sie weg. Nee. Aber die Erinnerung kann ich nicht aufrufen. Eins, zwei, drei. Moment. Hab ich? Hab ich? Moment. Okay. This belong to Kelsey. There was some trick to opening it. Got it. Oh, wow. Sully! Oh. Holy shit, this girl is fucked up. I can't do this. I can't. I can't. I need to talk to someone. Erica, how are you, sweetheart? I've been worried about you. I heard about what's happening. Dad, I'm not good. Some psycho was hurting Sully. She took his eye out and I just found it. Slow down, Erica. Breathe. You can do this. You're strong. You're tough as nails, honey. Just breathe. Please, just talk to me, Dad. Of course. Hey, remember your high school soccer team? You were a hell of a goalie. Even took one right to the face and kept going. That hurt like hell. I was lucky nothing broke. Like that would have stopped the Brickhouse. Brickhouse. I haven't been called that in a while. I'm sorry, Dad. I know Davies was a friend. She was a good woman. But Erica, you can handle this. You're going to find this piece of crap who's hurting Sully and bring her to justice. I know I can trust Brickhouse to never let anything stop her. Yeah. Yeah, you're right. I'll feel better once I catch her. Or unload a few rounds in her. Your job is justice, not revenge. Don't forget that. Be careful, Erica. I don't want to lose you two. I love you, sweetheart. I know. I better go now, Dad. Thanks. Oh, God. Okay. 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 Kannst du es jetzt anschauen? Okay. Kannst du es offensichtlich nicht sehen. Okay. 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 Das haben wir schon. Jetzt wird es aber irgendwie nichts. 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 Hier ist doch irgendwas, was ich brauche, oder? Gehen wir mal zur Serienanlage und holen uns mal die CD an. CD-Band. No more of everyone telling me the way it's got to be. I've got a path. Okay. I've got a path. I'll take a road to the next one. That's gonna set me free. Okay. 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 Okay, leeres Band, kombinieren wir mal damit. Es ist mir auch bewusst. Moment. Moment. Warum soll mir das jetzt helfen? Komisch. Wir haben noch den Schraubenzieher. Wo ist der Schraubenzieher? Das Ding da aufmachen. Wollte ich schon mal das letzte Mal machen. Fall bloß sich da runter, Erika. Ein Briefumschlag. Gibt es da so eine Vision? Offensichtlich nicht. Es ist eine witzige Schraubenzieher. Diese Schraubenzieher hat sich schon seit einem Zeitraum sitzen. Es hat nichts geschrieben. Aber es fühlt sich, dass es hier etwas geschlafen ist. Dann wollen wir mal gucken, was da drin ist in dem Umschlag. Haben wir irgendwo einen Computer hier? Okay, dann rufen wir mal Terrence an. Wo ist es denn? Wo ist es denn? Nee, da. So. Kontakt, Terrence, wo bist du? Da. Nee, so nicht. Kann ich hier irgendwas machen? Nee, ich kann hier nichts verbinden. Okay, ich kann hier nichts machen. Schau uns mal, das ist die Notiz hier an. Ach so, das hatten wir schon. Ach so, das hatten wir schon. Okay, wir können hier nichts mehr machen. Gehen wir mal. Und wir gehen zu... Zum Berkley College. Ehhhhh. Ähm... Aha. Hmm. Kann ich hiermit was machen? Nee. Dann geh ich mal zum Aktenschrank. Ach, das Ding ist ein Biss. Papier, überstaffte Schrauben. Es ist wie das Universitäts-Equivalent, dass du Dinge unter deinem Bett schraubst. Die Schrauben sind als Personal, Finanzen, Kurswerke und Miscellaneous. Wenn Kelsey hier gearbeitet hätte, würden es hier Rekorde sein. Jaaa... Und ich schau uns das mal an. Egal, aber einverstanden ist oder nicht. Wir schauen uns das jetzt an. Er sagt ja gar nichts. Ja... Ich würde gerne sehen, deine Personnel-Equivalenten auf den letzten Work-Studien-Equivalenten. Specifically, Kelsey Gardner. Was? Was? Forget to mention something earlier, Dean Chapman? Like the fact that Kelsey was working in your office as one of your personal assistants for over a year? Care to explain yourself? Er... You... You can't... You can't go through there without a warrant. Lying to a federal agent is not something we take lightly. You'd better explain yourself now, Dean Chapman, or I'm going to a judge for a warrant for your arrest. Well, I... I didn't want to look like I was connected to her. Sie stehen mit ihnen in Verbindung. Hatten sie eine Affäre mit ihr? Oh... Of course, did not support her keeping it. I... I even referred her to a lending institution to apply for a loan. And you never said this because... When she disappeared, I didn't want anyone to think I was involved. I wasn't. I haven't seen Kelsey since she dropped out. And that's the truth. Hmm... Okay. Hmm... Hm... 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 Hmm... Hmm... Why can I have to do this again? Hmm... Es ist etwas, aber es ist nicht genug, um zu machen. Sie werden wahrscheinlich weiter sagen, dass sie hier nie gearbeitet haben. Du bist verbunden, und jetzt fühlst du zu schuld. Agent Reed, ich hatte keine Verbindung mit ihr. Und, äh, und du hast keine Prüfung, was ich gemacht habe. Und, äh, ich verzeihe nicht, dass ich keine Anfragen zu haben, ohne eine Warrant, Agent. Weißt du was? Ich habe hier doch deinen Drohbrief. Willst du mir erzählen, was du über diese Lieder weißt? Es wurde zu Kelsey sendet. Ich, äh, ich habe keine Ahnung, was das ist. Es ist, äh, sehr ernsthaft. Du bist sicher, dass du nichts über das wissen? Nein, Agent Reed. Ich habe es nie gesehen. Ey, wie lügt? Der lügt aber. So. So. Drohbrief und Berkeley-Briefpapier. Großer. Danke für die Zeit, Dear. Natürlich, Agent, any time. Hm? Das funktioniert nicht. Okay. Nochmal Drohbrief. Wie kann ich die Wahrheit aus ihm rauskitzeln? Der hat da mussten Notenschlüssel Glocken Gitarren Das wird nicht mit diesem Violine vielleicht? Ich kriege jetzt die Wahrheit aus ihm raus Das stimmt zwar Das verstehe ich nicht Ich kriege jetzt die Wahrheit aus ihm raus Ich probiere mal Entschuldigung Das wird nicht funktionieren Okay Drohbrief Ja, aber wie? Ich habe gerade keine Ahnung Ob ich in die Wahrheit zwingen kann Mein Gott Vielleicht muss ich erstmal ins Büro geben Weil ich weiß nicht wie ich diese Speicherkarte auslesen soll Kann ich das vielleicht verbinden? Tatsächlich Das sind die Wahrheit von Daniel Chapman Personal Wie hat die Kälsie gekauft? A lot of deposits are coming in from places other than Berkeley, though. There's also a list of companies owned by the Susie K. Lending Institution. A few of these are in the financial records, too. The Dean's taking money from the same student loan company that turned Kelsey down for her loan. No wonder he's got all these pricey collectibles. He's taking money on the side. That's what the letter is about. He knew what she was doing. He'd only send that if these were real. So, Kelsey threatened the Dean with these stolen financial records. And he sent her that letter to get her to back down. The idiot even used his own stationery. I think it's time Dean Chapman and I had a little talk. Yeah, it's time the Dean and I had a talk about this. One more time, Chapman. Is there anything else you want to tell me? No, I've told you everything. I really hate being lied to. First you lied about knowing Kelsey and that she worked here. Now you're lying about why she stopped working here. When and why she dropped out altogether. You have no proof of any of that. These files prove that you've been taking gifts from the Susie K lending institution for at least four years. Students get referred and ripped a new one on interest rates and suddenly you're going on really nice family vacations and getting instrument signed by Yo-Yo Ma and the Beatles. That's, uh, there's no, those are falsified reports. I highly doubt it. And a little scrutiny from the experts will prove one way or the other. How are you feeling about your odds and that bet, Daniel? Also? Was ist denn jetzt? Daniel Chapman, the Dean of Students. Das kann ich gar nichts mehr machen. Das wird nicht funktionieren. Hä? Warum klappt das jetzt nicht? Hä? Okay, wie klappt das jetzt gerade nicht? Ich weiß, keine Ahnung, keine Ahnung warum. Das wird nicht funktionieren! Seltsam. Ähm, okay, dann würde ich sagen, ich beende die Folge, bleibst mir gewogen und bis morgen. Ciao. Untertitelung des ZDF, 2020